Ja und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Spindyres MudRunner. Weiter geht's und wir starten die nächste Challenge. Die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Mal schauen ob ich es schaffe. Wir versuchen es einfach mal. Licht habe ich gefunden. LB. Das ist ein Jeep. Da steht irgendwas von Tutorial mit der... Müssen wir da draufklicken oder... Ich fände mal eine Erscheinung... Drücke R oder... Jetzt am Ende Maus um den Gang hier um halb bis zur Position 1 zu bewegen. Okay. Drücke R oder Drücke auf die Spitze des Schaltzügels. Ja. Wechseln mit dem Maus zum Rückwärtsgang oder zurück zur Automatikschaltung. Wo war das noch einmal? Das ist mal Automatik glaube ich. Oder wenn wir da den Hügel hochkommen wieder zum Jeep. Wir sind wohl alle rein. 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 Wir sind unsere Begränte Begränte. Wir sind unterschreiben. Kann man auch scheiße wie hier Was soll das? Hahaha Ah, okay, 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 okay Das kann lustig werden, habe ich schon gesehen Auf ein drittes Bin ich jetzt schon so schief. Was ist denn da los? Nein, 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 nein! Was ist denn das für eine Scheißstraße, was ist denn das, Freunde? Ja, ich sehe das gleich einmal, wie es nicht geht. Gucken wir es einmal vom Cockpit. Irgendwas hat er gesagt von Schrittgeschwindigkeit, aber... Wenn wir stehen bleiben, rutschen wir auch so schnell runter, irgendwie. Nein, ich glaube, Cockpit ist auch nicht so wirklich das Wahre, oder? Ich sehe mich schon wieder runterfliegen. Weil mich sind Null. Will mich das Spiel verarschen, oder was? Das gibt es ja nicht. Ich höre schon hier beim... Ich sehe es schon wieder beim zweiten... ...ding hier scheitern. Folgende Router. Mal lesen, ob jetzt irgendetwas steht sogar vielleicht. Kamera, ich sehe nicht einmal das Auto, wie es mich verarschen, das gibt es ja nicht. Da geht die Kamera wieder weg. Da mit der 360er... ...bisschen ein bissl links. Ich fahre da gleich wieder zu viel nach links. Geht's mir bitte in den LKW und lasst mich da irgendwo fahren. Was ist denn da? Wir müssen immer schauen, ob wir mit dem Vorderteil immer Richtung Berg oder so steuern. So, jetzt sind wir aber schon weiter wie vorher, oder? Jetzt machen wir... Wir fahren einmal in den Kreis, oder wie? Jetzt geht's nicht, jetzt geht's nicht. Gut. Ja, ich hoffe, ich sei jetzt noch dabei. Irgendwie... So was hasse ich. So was hasse ich, wenn ich da nicht weiterkomme hier. Wie? Oh, das ist ein guter Gebt. Wow, das ist ein guter Gebt. Kamera, hallo. Wie sollte denn das da gehen, bitte? Tatsächlich so langsam? Okay. Mit ein bisschen schimpfen, mit ein bisschen fluchen. Jetzt sind wir jetzt schon wieder ein Stückchen weitergekommen. Wieder aufpassen. Extrem ärgerlich wäre natürlich nur, wenn wir jetzt hier irgendwo ganz zum Schluss vielleicht wieder irgendwo abstürzen sollten. Hier ist aber noch nicht ganz so die Gefahr zum Spiel. Das sehe ich nichts. Dann fangen wir hinten eh da runter, ja. Auf jeden Fall muss man wirklich ein bisschen langsamer versuchen hier. Diese Aufgabe zu fahren. Weniger ist da mehr. Könnte man vielleicht sagen. Da rein ist, oder was? Boah, Freunde. Geschafft. Boah, Gott sei Dank. Nächtliche Safari. Schauen wir nochmal kurz rein wieder. Dann, wie gesagt, probat eine Challenge. Oh. Den Sound will ich jetzt hören. Finden in den Werkstatt Anhänger, was müssen wir machen? Beobachtungspunkt, Beobachtungspunkt. Schöne sich irgendwo hinter uns. Das ist ein Gäller-Truck. Achso, da ist die Tankstation. Oh, ok. Was finde denn den Bergstatt Hänger? Wo soll ich den finden? Muss ich den ganzen Map-Up fahren, oder wie? Wenn der Bergstatt stecken? Oh, nein. Was? Ich bin der Bergstatt in der Bergstatt. Ja. Auf falsche Richtung. Ja, danke. Okay. Ja, gut. Das dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich fahre noch einmal ein bisschen in die richtige Richtung, hoffentlich. Darf ich mich schön langsam, aber sicher von euch verabschieden, aber auch zu ausgeln. Da wissen wir für nächstes Mal, wir müssen vielleicht da fahren, oder? Ist das da? Ne, hat nur so ausgeschaut. Jetzt habe ich gerade keinen Plan, wo wir hinfahren müssen. Das trägt in die falsche Richtung, oder? Das wird vielleicht in die Richtung fallen. Ich denke, das ist ja fast, wenn ich das so war. Aber ich glaube, ihr seht zumindest mal in der richtigen Richtung unterwegs. Doch nicht. Haha. Geil. Gut. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Das war der dritte Part schon. Ich weiß nicht, ob der jetzt Doppelpart heute ist. Am Feiertag könnte es sein. Den Filmeher komme ich heute eh nicht mehr zum Aufnehmen. Modelspiel ist leider auch nicht dazugekommen. Das könnte... Ja, sollte morgen wieder kommen. Morgen geht es dann wieder weiter. Heute ein kleines Mudrunner-Special mit zwei Parts. Und ja. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.